Achtung, wichtiger Hinweis. Free Truth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitsämtern, der Bundesregierung sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegung entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Medien. So möchten wir die Verbreitung von Fake News unterbinden. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Wer unseren Kanal unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube. Herzlichen Dank. Hallo zusammen, es ist Freitag, der 23. April. Herzlich willkommen bei Free Truth Media und noch einmal in dieser Woche für euch wie gewohnt. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir beginnen in Deutschland. Positiv getestet 3.245.253 Personen, gesundet 2.865.000. Verstorben an oder mit Covid-19 81.158. Hospitalisiert heute Stand 15 Uhr 5.039 haben wir plus 3 zu gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 299.095. Haben wir plus von 7.578 neuen positiven PCR-Tests seit gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,35 Prozent, heißt auch heute 99,65 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Der E-Wert liegt bei 1,01. Hier haben wir Stand 22. April. Und die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt bei 164,0. Hier haben wir Stand 23. April. Und wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet 571.546 Personen, gesundet 506.800. Verstorben an oder mit Covid-19 13.915. Hospitalisiert heute Stand 15 Uhr 781, haben wir minus 8 zu gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 50.831 haben ein Plus von 1.258 neuen positiven PCR-Tests. Im Prozent liegen wir in Bayern bei 0,38 Prozent, 99,62 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner im Freistaat Bayern zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt bei 180,5 laut dem Robert-Koch-Institut vom 23. April. Und genau da ist der nächste Stop im Dashboard des Robert-Koch-Instituts. In den letzten 24 Stunden in ganz Deutschland 19.700 Personen genesen. Und da gegenüber vermeldet das Robert-Koch-Institut 27.543 neue positive PCR-Tests. Und in Bayern in den letzten 24 Stunden 3.300 Personen genesen. Und da gegenüber stehen 4.504 neue positive PCR-Tests laut dem Robert-Koch-Institut. Und noch der Blick auf die Belegung der Intensivstationen. Heute am 23. April um 15 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir in Bayern heute bei 23,1%. Und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 24,1%. Das waren die Zahlen aus Deutschland und Bayern. Und wir schauen in die Regionen. Und der erste Stopp auch heute wie gewohnt in Kitzingen am 23. April. Positiv getestet 2.835 Personen, gesundet 2.586. Verstorben an oder mit Covid-19 84. Und momentan werden in Stadt- und Landkreis Kitzingen zwei Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Kitzingen haben wir 165, haben wir minus 19 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,18%. Heißt 99,82% aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Kitzingen, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 118,5. Und der nächste Stopp in Schweinfurt. Positiv getestet 6.616 Personen, gesundet 5.693. Verstorben an oder mit Covid-19 194. In Stadt- und Landkreis Schweinfurt werden momentan 13 Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Schweinfurt 729, haben wir minus 7 zu gestern. Im Prozent liegen wir hier bei 0,43%, 99,57% aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Schweinfurt zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 130,8. Und der nächste Stopp im Landkreis Neustadt-Eisbatt-Winzheim. Positiv getestet 3.843 Personen, gesundet 3.367. Verstorben an oder mit Covid-19 97. In der Region werden momentan drei Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Landkreis Neustadt-Eisbatt-Winzheim, 379, haben wir 13 weniger als gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,37%, 99,63% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 207,9 laut dem Robert-Koch-Institut vom 23. April. Das war Kitzingen-Schweinfurt-Neustadt-Eisbatt-Winzheim und wir schauen in die nächste Region. Und auch heute der nächste Stopp in Mildenberg am 23. April. Positiv getestet 5.223 Personen, gesundet 4.742. Verstorben an oder mit Covid-19 120. Auch heute keine Person auf der Intensivstation in Stadt- und Landkreis Mildenberg. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Region 361, haben ein Plus von 28 neuen positiven PCR-Tests. Im Prozent liegen wir bei 0,28%, 99,72%. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Mildenberg, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 187,2. Der nächste Stopp ist heute mal wieder der Main-Tauber-Kreis. Positiv getestet 4.607 Personen, gesundet 4.122. Verstorben an oder mit Covid-19, 82. Laut dem Robert-Koch-Institut, laut dem Gesundheitsamt in der Main-Tauber-Region liegen wir bei 83. Also hier mal kleine Differenz, wird sich aber hoffentlich am Montag wieder auflösen. Im Moment werden in der Region 8 Personen intensivtechnisch betreut, laut dem DIVI-Intensivregister, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Main-Tauber-Region, 402 haben wir plus 5 gegenüber dem letzten gemeldeten Stand. Ich glaube, das war bei denen der 20. April. Also heute 402 Personen aktuell positiv getestet in der Region. Im Prozent liegen wir bei 0,30%, heißt 99,70% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 120,8, laut dem Robert-Koch-Institut vom 23. April. Das waren die Zahlen heute für euch zusammengefasst und wir schauen zusammen in die Meldungen. Ja, das Wochenende naht und es ist auch gut so. Es war eine turbulente und aufregende Woche. Und noch ein kleiner Nachtrag aus Mainz-Spessart haben wir heute keine aktuellen Zahlen. Deswegen bleiben wir da dran und natürlich gibt es die dann am Montag hoffentlich wieder in gewohnter Manier. Ein Riesenaufreger heute. Ein Riss geht durch die Schauspielbranche. Viele haben es mitbekommen. Es gab 50 oder 55 Schauspieler, die immer so kleine Videos gemacht haben. Ein bisschen Sortiere, ein bisschen zwischen den Zeilen. Fand ich recht spannend. Und es hat nicht lange gedauert, kam ein Riesen-Shitstorm über diese ganze Aktion aus verschiedenen Seiten. Und für mich ist damit heute noch mehr als sonst klar und bewusst, dass die Meinungsfreiheit einfach weg ist. Egal, wo wir hinschauen. Es geht nicht mehr, dass man sagt, was man denkt oder dass man sich einfach ausdrückt. Und die Bild schreibt heute früh, dass die Aktion hieß, Hashtag alles dicht machen, wirbelt die Stars auf. Ein Riss geht durch die Schauspielbranche. Drohungen von A, D, Rundfunkrat. Einige Stars geben dem Druck nach. Und da ist schon wieder der Hammer in der Überschrift. Einige Stars geben dem Druck nach. Also dem Druck nicht, seine Meinung zu äußern, zu können, zu dürfen. Und mehr als 50 deutsche Schauspieler kritisierten unter dem Hashtag Alles dicht machen mit Ironie, Witz und Sarkasmus die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Teilnehmer der Aktion, ein Who-is-Who der deutschen Schauspielszene. Also die haben einfach mal dieses Thema aufgefasst. Und für die Videos, die auf YouTube und Instagram gepostet wurden, gibt es Lob, aber auch viel Kritik, vor allem aus den eigenen Reihen. Schade, dass man da gleich wieder draufhauen muss. Nora Tschirner nennt die Aktion unfucking fassbar. Tobias Schlegel, mittlerweile Notfallsanitär, der twittert, die Schauspieler, SchauspielerInnen von Alles dicht machen können, sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben auf Twitter. Trenden die Hashtags. Alle nicht ganz dicht und alle schlicht machen. Alles schlicht machen. Naja, gut. Gleichzeitig stellen sich viele VIPs hin, die Schauspieler befürworten, die Clips. Und künstlerische Freiheit, darunter Till Schweiger und Ben Becker. Ja, es ist eine künstlerische Freiheit. Und da geht es einfach mal um Meinungssagen. Und es gab dann auch Hassangriffe gegen die. Und dann kam wieder der ARD Rundfunkrat. Und der möchte denen tatsächlich, alle, die an dieser Aktion teilgenommen haben, ihre Jobs wegnehmen. Weil zum Beispiel der Jan-Josef Liefers, da ist ja, ich glaube, ich meine irgendwie im Tatort dabei, soll da nämlich nicht mehr dabei sein. Das finden die nicht richtig. Und der hat dann auch gleich nochmal wieder das Ganze revidiert. Und hat gesagt, dass er also, wie kaputt das zum Teil ist, bekommen die über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt am eigenen Leib zu spüren. In sozialen Netzwerken werden sie seit dem Donnerstagabend als rechtsradikal beschimpft, als Verschwörungstheoretiker auf Unglimpft, sogar mit Hitlers Propaganda-Minister Josef Goebbels um Gottes Willen verglichen. Würden die an die Corona-Erkrankten, solle man ihnen die Behandlung verweigern. Würden sie an Corona... Leute, überlegt euch, was da ist. Jan-Josef Liefers ist auch klar da zurückgerudert, hat gesagt, er ist kein Verschwörungstheoretiker, kein Aluhutträger. Ich weiß nicht, warum er sich da immer so rechtfertigen muss. Was hat das mit Querdenken, Verschwörungstheorien, Aluhutträgern? Wenn man einfach mal kritisch hinterfragt, ich werde es nicht verstehen. Im Klartext, die Tatort-Schauspieler sollen nicht mehr in ihren Rollen eingesetzt werden, und jetzt auch wichtig, wegen der kritischen Videos ihre Arbeit verlieren. Wegen kritischen Videos. Soweit sind wir in Deutschland. Und dann eben hier am Donnerstagabend noch der Jan-Josef Liefers Klarstellung genötigt, in der sich ausdrücklich von Querdenkern und Reichsbürgern distanziert. Dabei geht keines der Videos auch nur ansatzweise in diese Richtung. Heike Magac und Richie Müller löschen ihre Beiträge. Also die sind dann wahrscheinlich wieder umgefallen. Da der Druck natürlich zu hoch war. Es ist schlimm, schlimm, schlimm in Deutschland. Und dann kam auch noch der Herr Tschentscher daher. Und der meint, die Corona-Regeln sind zu lasch. Ja, Herr Tschentscher. Unglaublich. Der sagt, er ist der Bürgermeister, der hält das neue generelle Infektionsschutzgesetz für nicht konsequent genug. Das Gesetz hat einen positiven Teil. Es gibt jetzt eine verbindliche Notbremsenregelung für ganz Deutschland, einschließlich der Ausgangsbeschränkung, sagte Tschentscher den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Freitag. Der Nachteil ist, dass diese Ausgangsbeschränkungen aufgeweicht wurde. Sie ist dadurch nur noch grenzwertig und sinnvoll unbedingt wirksam. Sie ist aufgeweicht wurde. Sie ist dadurch nur noch grenzwertig, sinnvoll und bedingt wirksam. Ja, da kann man sich einfach jetzt Gedanken machen. Ich bin bei dem Gesetz heute eh dabei. Kommen wir noch zum Schluss. Und natürlich, wie wäre es denn anders gewesen, wenn in Bayern es alle so umgesetzt worden wäre? Natürlich wird hier draufgelegt, das Erste, in Bayern bleibt abendliches Joggen verboten. Ja, also ihr wisst, 22 bis 0 Uhr hätte man zum Sport und zum Spazierengehen an die frische Luft gedurft. Natürlich nicht in Bayern. Ja, im Unterschied zur bundesweiten Regelung sei Bewegung an der frischen Luft kein Ausnahmegrund von der Ausgangssperre, teilte Gesundheitsminister Klaus Holoczek mit. Zudem gelte für Kinder und Jugendliche in allen Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 Distanzunterricht, mit Ausnahme der Abschlussklassen. Also bei den anderen ist, glaube ich, entweder 150 oder 165. Natürlich in Bayern gleich mal 100 und frische Luft wird in Bayern einfach viel zu überbewertet. Unglaublich. Und dann kommt die Polizeigewerkschaft um die Ecke heute und kritisiert doch tatsächlich die Ausgangssperren mit der Begründung zur Pandemiebekämpfung. Diese stellten die Polizei vor große Probleme, sagte am Freitag der Landesvorsitzende Jörn Schulze. Die Maßnahmen kämen zu spät, weil zum jetzigen Zeitpunkt das Verständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Regelungen rückläufig seien. Außerdem werde die Durchsetzung der Maßnahmen die ohnehin schon dünne Personaldecke der Polizei Bremen weiter strapazieren. Also ich gebe einen Tipp an Herrn Schulze hier von dieser Stelle aus. In Berlin war am Mittwoch genug Personal. Da ist bestimmt der eine oder andere übrig, der bei Ihnen da mit anfasst. Von daher. Und ja, es läuft. Die Maschinerie geht los. Bundesverfassungsgericht schon 25 Beschwerden gegen die Notbremse. Und ich glaube, das werden immer mehr. Und die Zahl änderte sich aber laufend, weil ständig neue Beschwerden eingingen. Da wird es jetzt richtig hageln. Und wir sind gespannt, wie hier das Bundesverfassungsgericht wirklich damit umgeht. Und das Innenministerium Nachtreisen, falls nötig, besser umbuchen. Da war heute früh eine Überschrift. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, bei der Bild war getitelt. Reiseverbot durch die Hintertür. Nein, das stimmt nicht. Das war genau in diesem Entwurf mit drinnen gestanden. Da ging es um diese befriedeten Räumlichkeiten, was eben auch der Garten und so weiter ist. Aber da kommen wir nochmal dazu. Und die ab Nullo in der Nacht zum Samstag greifende Corona-Notbremse erschwert in weiten Teilen Deutschlands auch das Reisen. Die Regelung betreffe nicht nur den Aufenthalt an einem Ort, sondern auch Reisen von A nach B, erklärt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Das heißt also, wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus Anlass einer touristischen Reise reisen möchte, sollte besser umbuchen oder umplanen. Eine dienstliche Flugreise sei wegen der vorgesehenen Ausnahmen hingegen möglich. Die Kontrolleure von der Polizei oder Ordnungsämtern müssen im Einzelfall nachermessen und mit gesunden Menschenverstand entscheiden, ob jemand einen glaubhaften Grund nennen könne, weshalb er unterwegs sei, sagte der Sprecher. Wenn ein Bäckermeister mitten in der Nacht seinen Berufsort aufsucht, dann wird man das sehr schnell nachvollziehen können. Für Landkreise, die am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, gelten ab Samstag Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Bis Mitternacht darf man sich noch alleine an der frischen Luft bewegen. Nein, nicht in Bayern. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an vielen Coronavirus-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Es binnen einer Woche gab. Da kommen wir dann auch nochmal dazu. Also ihr seht, du darfst nicht von A nach B fahren. In manchen Bundesländern darfst du aber von 22 bis 0 wenigstens noch raus und Sport machen. Und jetzt kommen wir zu der sogenannten Inzidenz. Und heute auf NTV, 7-Tage-Inzidenz, oft ungenau. Ach, wirklich? Seit Beginn der Pandemie spielt die Frage der Übermittlung der Corona-Daten an das Robert-Koch-Institut eine große Rolle. Ja, aber die Zahlen kommen nicht so zuverlässig an aktuell wie gewünscht. Wirklich in den Griff bekommen hat Deutschland das Problem auch 15 Monate nach dem Beginn der Pandemie erstaunlicherweise nicht. Im Infektionsschutzgesetz steht aber genau drinnen, dass die Zahlen des Robert-Koch-Instituts ausschlaggebend sind für diese Notfallbremsengeschichte. Und jetzt schreibt man einen Tag danach, hätten die das nicht mal früher, obwohl es ja schon eigentlich immer der Fall war, geschrieben. Aber es ist einfach krass, auch mit dem Reise-Ding heute nochmal. Jetzt schreibt es die Bild. Der Entwurf lag allen, die irgendwie mit der Presse zu tun haben, vor. Wir haben ja da schon ein bisschen draus zitiert. Und jetzt, da hat man das im Mainstream gar nicht aufgegriffen. Und heute macht man fast aus, dass man immer von A nach B fahren darf. Das war doch schon vorher klar. Das lag alles schon im Entwurf zu drinnen. Also, unglaublich. Und jetzt wieder, gerade in den letzten Tagen kam es wieder zu Meldeverzögerungen, etwa weil Daten aus NRW nicht rechtzeitig beim RKI eintrafen. Die Folge, die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz des RKI wird durch die Meldeverzögerungen oft zu niedrig ausgewiesen oder auch zu hoch. Das interprete ich jetzt rein, weil da hat man ja schon selber gesehen mit den Nachmeldungen. Dabei handelt es sich um eine Zahl, die nach der bundesweiten Notbrems erhebliche Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger nach sich zieht. Ein Beispiel. Werden am gestrigen Donnerstag 3000 Fälle mit Meldedatum Mittwoch nachgemeldet, erhöht das eine Sieben-Tage-Inzidenz für Mittwoch nachträglich. Korrigierte Werte vom RKI aber nicht immer offiziell veröffentlicht. Für Deutschland sieht die Differenz zwischen gemeldeter und korrigierter Sieben-Tage-Inzidenz so aus. Da kommt noch die Erklärung. Aber wenn das RKI nachmeldet oder wie wir das jetzt über Ostern haben, dass da Meldeverzug ist, die wieder einen Serverausfall hatten und so weiter, da sagt wieder keiner was. In einzelnen Kreisen ist die Verzerrung geradezu grotesk, wo das fairerweise gesagt werden muss. Nicht Trägheit der bürokratischen Prozesse, sondern bewusste Manipulation am Werk war in Vorpommern-Greifswald. Dort gab es konkrete Betrugsvorwürfe an Landrat und Gesundheitsamt. Ab Mitte Februar kam es deswegen zu einer massiven Verzerrung, wie die Grafik der Lage bis Anfang April zeigt. Also hier ist die Grafik von NTV. Das Graue war wohl das Gemeldete und das Rote sind jetzt die nachgemeldeten Fälle. Ja, so ist es momentan, aber ich kann euch doch, wir wissen es doch selber, wir hatten immer im Dashboard diese Meldungen, dass aufgrund von irgendwelchen Problemen die Zahlen nicht aktuell sind und nachgemeldet wurde und hier die Zahlen nachgemeldet. Nach dem Wochenende wird nachgemeldet. Jetzt müsste jedes Gesundheitsamt, theoretisch jedes Gesundheitsamt, jedes Amt, was mit der Übermittlung, mit der Erfassung der Zahlen zu tun hat, täglich arbeiten. Denn täglich die Zahlen zählen. Und wenn man natürlich dann sagt, ach wir packen das wieder am Mittwoch mit drauf, dann verzieht diese komplette Inzidenz, die eh schon sehr fragwürdig ist. Also von daher. Und heute Netzfund. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Aktuell von der Seite des Landratsamt Kitzingen vom 23.04. Corona aktuell. Infos zu den neuen Regelungen, zu den aktuellen Corona-Zahlen. Leider ist ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Tragisch, ein 77-Jahre alter Mann starb. Es ist der 84. Todesfall mit einem positiven Corona-Test im Landkreis. Der Mann hatte Vorerkrankungen. Also ihr seht, hier berichten die sehr, ja, also sehr offiziell. Die schreiben auch immer, wer Vorerkrankungen hat und wer keine hatte. Also von daher transparent. Gestern am Donnerstag kamen neun neue positive Fälle hinzu. Heute am Freitag sind es Stand 14 Uhr bereits 23 Fälle positive Tests. Nur nochmal so am Rande. Also die Inzidenz wird dann wieder nach oben. Und jetzt, wo kamen die her? Im Landschulheim-Wiesenheit kam ein weiterer positiver Fall hinzu. Demnach gibt es nun drei positiv getestete Schüler sowie eine Lehrkraft. Eine Reihentestung wurde am Freitag bereits durchgeführt. Da sind wir dann auf die Ergebnisse gespannt. Die kommen dann auch wieder rein. Jetzt wird es aber spannend. Neben den bekannten Fällen ist noch ein positiver Fall im Landschulheim Geibach hinzugekommen. Ein Schüler wurde mittels Schnelltest positiv getestet und PCR bestätigt. Sein Zimmernachbar ist als enge Kontaktperson negativ getestet. Und jetzt, Achtung, beide Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr müsst euch das im Kopf zergehen lassen. Er ist nach den jetzt Ämtern, PCR-Test wie auch immer, Gesundheitsamt, positiv Corona. Der darf jetzt nicht im Landschulheim bleiben, zusammen mit seinem Kumpel im Zimmer und die Quarantäne absitzen, weil das wäre ja das Logischste eigentlich. Nein, der wird jetzt von den Eltern abgeholt und die holen ihn mit nach Hause. Und auf dem Weg, was passiert da mit Corona? Nur mal so zum Schmunzeln. Außerdem ist noch ein Schüler von der Realschule mit einem positiven PCR-Test getestet. Entschuldigung, also, der muss jetzt halt in seinem Zimmer, der darf jetzt erstmal von den Eltern abgeholt werden und dann fahren die erstmal gemütlich nach Hause und da geht er dann in die Quarantäne. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Und ja, Gott sei Dank, die Luca-App hat es in Bayern geschafft. Die ist nun flächendeckend einsatzbereit. Wir haben darüber gesprochen. Die ganzen Lücken zwecks datenschutztechnisch werden alle ignoriert. Und die Software ist allerdings umstritten. Der Chaos Computer Club hatte mögliche Datenschutzprobleme kritisiert. Egal, jetzt ist sie da. Und der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund hat erklärt, dass die App nicht barrierefrei sei. Ohne Hilfe könnten Blinde das Programm nicht nutzen. Da kommen sie jetzt drauf. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Und die Menschen werden total vergessen. Die wurden ja schon bei der Maskengeschichte vergessen, dass die einfach diese Gestik und Mimik brauchen. Und wenn jeder gegenüber von denen eine Maske auf hat, dann ist es für diese Menschen leider sehr, sehr still. Und heute Morgen war wieder Bundespressekonferenz. Der Herr Tichotek war da. Und ja, wer war noch da? Der Herr Spahn war da. Und dann noch RKI. Also Panik, wie auch immer. Und der Herr Tichotek hat gesagt, also Johnson & Johnson, AstraZeneca, sichere Impfstoffe braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und wir freuen uns auf vier zugelassene Impfstoffe. Die Melderate von ungewöhnlichen Thrombosen, beim Vakzin von AstraZeneca sah weiter sehr gering und noch geringer bei Johnson & Johnson. Und zack, heute kommt US-Behörde untersucht. Todesfall nach Johnson & Johnson-Impfung. Das ist nicht die erste da drüben. Und er spricht von super sicher. Dann kommt diese Meldung danach. Aber wie auch immer, die EMA und das Paul-Ehrlich-Institut sagen, sie sind sicher. Was willst du dagegen tun? Und dann noch mal krasser EM-Entschluss für heute. In München finden diese EM-Spiele statt. Und jetzt kommt selbst die Polizei mal dahinter, wie irrsinnig das ist. Polizeigewerkschaft kritisiert Zusage München als EM-Standort. Ja, es ist unglaublich. Die machen schwere Vorwürfe. Da geht es um viel Geld. Und da scheint Geld eine größere Rolle zu spielen als der Gesundheitsschutz. Guten Morgen, erklärte der Vize-Chef Jürgen Aschal im Bayerischen Rundfunk. Ich halte es wirklich für äußerst problematisch. Wir haben jetzt noch Ausgangssperre. Also klar, die fängt ja jetzt morgen Notbremse in Bayern. Was ist die ganze Zeit so? Wir haben jedes Wochenende Corona-Demonstrationen. Die Leute dürfen nicht raus. Und hier diskutieren Verantwortliche über 15.000 Zuschauer. Das halte ich persönlich für unverantwortlich. Gott sei Dank merkt es mal einer. Hat auch ein bisschen gedauert. Die Diskussion komme für ihn zu Unzeit. Klar könne man sich eine Option offenhalten. Aber ich würde es öffentlich diskutieren, gerade in der jetzigen Phase nicht. Nach dieser Entscheidung für Großveranstaltungen in der Allianz Arena sieht Aschal neue Schwierigkeiten auf die Polizisten zukommen, die den Bürgern vor Ort die Ausgangssperre um 22 Uhr vermitteln oder Gruppen auflösen müssen. Das macht es für Kollegen nicht einfach. Sie müssen demgegenüber klären, dass die UEFA jetzt mit 15.000 Zuschauern im Stadion spielen darf. Aber wir nicht mit 10 Leuten auf dem Platz stehen bleiben. Ja, genau so ist es. Braucht man gar nichts hinzufügen. Und es dann nochmal, die bleiben wirklich. Die Ausrichter, das war lange wirklich diskutiert, aber es werden 14.500 Zuschauer in der Allianz Arena zugelassen und damit eine Auslastung von 20%. Aber es geht gar nicht um diese Auslastung. Es geht auch gar nicht, es geht ums Prinzip, denn auch die Gastronomen haben ein Hygienekonzept und werden da blockiert. Und jetzt redet man immer über, ach Gott, die ganzen Leute, die dann unterwegs sind mit dem Auto. 14.500 müssen auch erst mal in die Allianz Arena kommen. Also da sieht man, das ist wieder gleich gleicher. Heute früh hat man davon noch in der Bundespressekonferenz gesagt, der Herr Spahn, das ist noch nicht unterschrieben. Es schaut aber so aus, als würde das kommen. Und noch zum Wochenabschluss, die RKI-Testübersicht, wie immer bei uns. In der 15. KW 2021 wurden in Deutschland 1.295.635 PCR-Tests durchgeführt. 160.735 waren davon positiv, macht eine positiven Rate von 12,41. Laut dem Robert-Koch-Institut und nochmal der Blick auch der Probenrückstau. Und zwar 40 Labore haben in der 15. Kalenderwoche einen Probenrückstau von 4.205 PCR-Tests vermeldet. Ihr wisst, die liegen dann wieder da. Und jetzt kommt der Clou. Man beschwert sich, dass die Gesundheitsämter so komisch an das RKI übermitteln und deswegen gibt es diesen Verzug oder diese dubiosen, die dubiose 7-Tage-Inzidenz. Was machen die jetzt mit 4.205 PCR-Tests, die noch zum Abarbeiten irgendwo liegen? Taggleich ist es ja dann auch nicht. Das haben wir doch jetzt schon oft erlebt. Also wenn die abgearbeitet kommen, irgendwann mal da wieder mit rein, ist die 7-Tage-Inzidenz weg. Und was noch spannend ist, ich bin am Thema dran, ich habe das schon mal gehabt, habe es nicht geglaubt, Covid zieht mit um. Und meine Frage ist, wenn jetzt ein Fall positiv war und der Fall zieht dann um, nachdem er genesen wurde, ganz klar, wie ist es dann, wenn er dann in der neuen Gemeinde ist, ist es dann ein neuer aktueller Fall? Wie wird das gehandhabt? Da schauen wir mal. Da schauen wir mal. Das ist eine spannende Geschichte, was da noch rauskommt. Ich verspreche es euch. Spannend ist aber auch natürlich heute die Veröffentlichung im Bundesanzeige. Ich habe euch gesagt, ich schaue mir es an, wenn es da ist. Ich habe es nicht ganz durchgeschafft, weil es sind wirklich viele Hütten drinnen, wo ich mir schwer tue. Ich habe aber jetzt dann noch ein Telefonat mit Markus Heinz. Er hat mir versprochen, wir gucken uns das zusammen nochmal an, dass ich euch nichts Falsches erzähle und ich werde nochmal vielleicht, wenn ich dazukomme, was Extras machen. Aber nur hier zum Beispiel ein kleiner Auszug für alle, die da ein bisschen mit im Thema dabei sind. Also zum Beispiel die Nummer 11, die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit. Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes. Der Freiheit der Person, Artikel 2, Absatz 2, Satz 2 des Grundgesetzes. Und jetzt kommt es, was neu war, was in der Vorlage nicht drinnen war. Der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 des Grundgesetzes. Der Freizügigkeit, Artikel 11, Absatz 1 des Grundgesetzes. Und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13, Absatz 1 des Grundgesetzes, werden eingeschränkt und können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt werden. Dann gibt es noch einen neuen Paragrafen, der 28c, wusste ich auch nicht, Verordnungsermächtigung für besondere Regelungen für geimpfte, getestete und vergleichbare Personen. Die Bundesregierung wird ermächtigt durch, und jetzt immer ermächtigt, das ist ein krasses Wort, durch Rechtsverordnung für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist, oder ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können, Erleichterungen oder Ausnahmen von Geboten und Verboten nach dem fünften Abschnitt des Gesetzes oder von aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Gesetzes erlassenen Geboten und Verboten zu regeln, Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Satz 1 bedürfendes Zustimmung vom Bundestag und Bundesrat. Da geht es in diesem Fünfer, glaube ich, um mehr Gastronomie, Kultur etc., dass die dann sagen, okay, geimpft oder frisch getestet, du darfst da rein, nicht getestet, nicht geimpft, du darfst nicht da rein. Also sehr, sehr, sehr krass. Und dann habe ich noch was gefunden, Paragraf 32, Erlass von Rechtsverordnungen. Die Landesregierungen werden ermächtigt unter den Voraussetzungen, die für die Maßnahmen nach dem Paragraf 28, 28a und 29 bis 31 Maß geben, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stelle übertragen. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, haben wir wieder Artikel 2, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und jetzt kommt etwas, was ich überhaupt nicht verstehe und des Brief- und Postgeheimnisses können soweit eingeschränkt werden. Ich habe wirklich fünf, da steht hier, Brief- und Postgeheimnis können eingeschränkt werden. Ich habe dann vorhin geschrieben und habe gesagt, ich muss mir das nochmal erklären lassen. Es gibt bestimmt welche da draußen, die wissen gleich, um was es geht, aber ich möchte mir das erstmal nochmal erklären lassen, weil ich weiß nicht momentan, was ich davon halten soll, was ein Brief- und Postgeheimnis mit einem Infektionsschutzgesetz zu tun hat. Da bin ich mal ganz ehrlich, aber ich bin auch kein Jurist, aber dafür kennen wir ja Juristen. Also, da wird es noch was geben, da bleibt man natürlich dran und ich hoffe, dass ich am Wochenende dazukommen möchte, dieses komplette Infektionsschutzgesetz euch wirklich aufgliedern und aufschlüsseln, was da wirklich drinnen steht. Und noch zum Schluss, vor dem Wochenende, bleibt mit uns in Kontakt. Ihr wisst, Telegram, unsere Gruppe ist nach wie vor da. Wir freuen uns immer über mehr Diskussionen da drinnen, versachlich, konstruktiv. Facebook natürlich auch immer toll und auch vom Livestream wirklich super. Eine E-Mail, wenn ihr mir schicken wollt, free-truth-mediat-gmx.de. Es ist eine Flut und komme ich gleich nochmal in einem Wort dazu. Die Live für die Live-Übertragungen. Morgen ab 14 Uhr live aus Kitzingen von einem Spaziergang. Freue ich mich wahnsinnig drauf, mache meine Live-Übertragung und Dailymotion für die täglichen Filme. Und zum Schluss nochmal die kurze Erinnerung an unsere Button-Aktion. Wenn ihr noch welche haben möchtet, schickt mir einfach eine E-Mail. Freue ich mich drüber. So, das war es für diese Woche. Zumindest hier aus dem Studio. Ich bin echt gerührt gewesen. Und bin es immer noch über eure echt tollen Feedbacks, tollen Kommentare, ob das E-Mails waren, ob das private Nachrichten waren. Und ihr habt Angst, ein bisschen, naja, Angst war es blöd. Aber natürlich mache ich weiter. Aber jeder hat mal so wirklich tiefs, gerade nach so einem Tag in Berlin. Und da ist man einfach dann auch mal durch. Und ich möchte es aber auch nicht verstecken, weil was mir wichtig ist, ist einfach authentisch zu bleiben. Ich bin ein ganz normaler Mensch und dem geht es mal gut und dem geht es auch mal schlecht. Und ich möchte aber kein Schauspieler werden vor der Kamera. Sondern wenn es so ist, dann muss es halt auch mal raus. Das habe ich gestern gemacht. Und ich habe auf einen riesen Shitstorm gewartet. Und ich freue mich drüber. Er kam mini, mini, mini mal. Aber auch nicht so, wo ich mir gedacht habe, wow. Sondern das war okay. Das war Kritik. Die lasse ich zu. Bin ja kritikfähig. Aber der Rest war wirklich toll. Und das ist genau das, was mich aufbaut. Wenn Menschen mir ehrlich schreiben, wie sie es finden und sagen, hey, das ist aber super und das kommt gut an und deswegen mache ich es. Aber ich bin nicht jemand, der sich hier verstellt und irgendeine Show spielt. Und die, die mich kennen, auch vom Spaziergang, ich bin da genauso wie so hier in der Sendung. Wir sind alle keine Medien-Gurus, Profis, die noch in die Maske gehen und dann irgendwas vorspielen. Das ist so. Also herzlichen, herzlichen Dank da dafür und ich verspreche euch, natürlich mache ich weiter. Wir versuchen noch besser zu werden. Wir versuchen noch mehr Nachrichten zu kriegen, zu hinterfragen, nachzubohren und was wir auch jetzt noch mehr machen werden. Es gibt da viele Ideen. Wir werden uns untereinander, gerade die YouTuber mit den freien Kanälen, besser vernetzen und vielleicht noch mehr Menschen erreichen und auch uns nicht spalten lassen. Und wenn das den Eindruck erweckt hat, dass ich jetzt irgendwie Spaltung betreiben möchte gestern, dann kam so eine Nachricht, das stimmt nicht. Ich möchte nicht spalten. Ich möchte eben genau das Gegenteil erreichen. Das sage ich auch jeden Tag, dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir zusammenhalten, dass wir uns austauschen und dass wir eine Einheit bilden, weil die Regierung ist eine Einheit. Das hat man gemerkt. Und dagegen kann man nur irgendwie was ausrichten, wenn man auch eine Einheit ist, die sich nicht gegenseitig die Augen auskratzt. Das ist ganz wichtig, aber auch in so einer Konstellation, wo es im Moment ist, muss man einfach fair sein und offen und transparent und muss sagen können, was man denkt. Und der andere muss auch immer mit Kritik umgehen, muss ich ja auch. Und da werden wir uns jetzt alle noch ein bisschen besser vernetzen und noch ein bisschen mehr machen, dass wir für euch einfach immer auch besser werden und mitwachsen. Das ist so das Ziel. Und heute habe ich auch wieder aufgetankt. Jetzt freue ich mich noch mal morgen 14 Uhr, der Spaziergang, die Demo in Kitzingen. Wer Lust und Zeit hat, kommt. Es ist eine tolle Veranstaltung, tolle Menschen. Und ansonsten sehen wir uns hier auf dem Studio dann am Montag wieder. Wie gesagt, morgen live. Und jetzt beschließen wir einfach mal die turbulente Woche. Schauen, was noch so am Wochenende kommt. Macht die Glocke an. Wenn was ist, komme ich live. Aber ansonsten reicht es auch wieder am Montag. Außer ihr habt Bock, den Spaziergang mit zu verfolgen. Und ah ja, genau, da war noch eine Frage, das ist mir wichtig. Warum übertragen wir Demos und Spaziergänge? Ganz einfach. Es gibt Menschen, die können nicht vor Ort sein, aus verschiedensten Gründen. Aber für die ist es einfach interessant zu sehen, dass Menschen auf der Straße sind. Das gibt denen zu Hause Kraft. Und die wissen, sie sind nicht allein. Und deswegen tun wir das. Und natürlich auch, wie jetzt in Berlin, ganz wichtig, Bilder rauszuschicken in die Welt, wie das dort abläuft, wie sich die Polizei verhält. Und für manche sind auch solche Aufnahmen als Beweisführung wichtig. Und deswegen sind wir vor Ort. Das ist auch so ein Grund. Okay, also. Ja, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Damit es funktioniert, wisst ihr genau an dieser Stelle Radio, Fernseher aus. Und geht ein bisschen in die Natur, geht raus, verbindet euch, unterhaltet euch, tankt auf, trefft euch mit Menschen, die genauso denken wie ihr. Und an dieser Stelle bleibt in der Mitte. Lasst euch nicht spalten. Wir lassen uns nicht spalten. Wir halten zusammen und zusammen kommen wir da durch. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen live und bis dahin eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Euer Dirk.